Herzlich willkommen, schönen guten Abend zum ersten Club Dialog 2013. Wir gehen mittlerweile ins fünfte Jahr. Wie mit vielen Geschichten fängt auch unsere mit dem einfachen Satz an, es war einmal. Einfach genial. Läuft ein bisschen besser als bei uns, aber ist ein anderes Thema. Ich sehe das ja so ein bisschen skeptisch. Wie kann ich dieses Drehmaterial auf einfache Art und Weise anderen zur Verfügung stellen? Jetzt müsste nur noch der Klicker funktionieren. Da wird gecheatet, wo es nur geht. Was, habe ich gedacht. Wir haben uns entschieden, einen Dokumentarfilm über Stoffproduktion in Portugal zu machen. Die T-Shirts, die ich in den klassischen Shops, wo ich einkaufen gerne hätte oder gerne finden würde, finde ich nicht. Aber Missing Link hatte Ideen. Menschen, die mindestens genauso gerne mit einem Computer sich unterhalten wie mit einem echten Menschen. Mächtig. Das ist nicht unser Ausgangspunkt, also das ist nicht unsere Motivation gewesen, weil wir wussten nicht mal, dass wir so eine Aufmerksamkeit kriegen würden. Wow. Silberhagel! Silberhagel!